Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Für alles gibt es eine Saison, auch für die Früchte und Gemüse in unseren Läden. Eine Ausnahme macht Bananen. Sie hat immer Saison und ist zu jeder Jahreszeit erhältlich. Die meist exportierte Tropenfrucht ist auch bei Gobe Nummer 1. Die Tollbanane ist beliebt, kann mit aussergewöhnlichen inneren Wert auftrumpfen, hat von Natur aus eine perfekte Verpackung, kennt keine Entsorgungsprobleme und ist darum einfach der bessere Snack. Für Kinder und Jugendliche ist die Tollbanane ideal für Pause. Sie liefert reichlich Vitamine und energiespendende Kohlenhydrate, macht satt und stillt den Appetit auf Süsses. Weil sie verbrauchte Energie sofort zurückbringt und die Verdauung nicht belastet, fahren auch die Austuersportler darauf ab und stärken sich vor und während des Wettkampfs gern mit einer Tollbanane. Gerade für ältere Menschen sind reichlich Vitamine und Mineralstoffe lebenswichtig. Tollbanane kann also auch an der Ernährung unserer Senioren einen wertvollen Beitrag leisten. Für eins ist Tollbanane allerdings nicht verantwortlich, nämlich fürs Dickmachen. Mit nur 81 Kalorien pro 100 Gramm Reifenfrucht gehört sie zu den fettarmen Lebensmitteln und unterstützt eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Tollbanane kommen übrigens hauptsächlich aus Honduras, Costa Rica, Panama und Kolumbien. Wegen der warmen tropischen Sonnen, die dort scheint, dem fruchtbaren Boden und dem vielen Wasser in dieser Region haben die Bananen aus Mittelamerika eine besonders hohe Qualität. Und nach so vielen Informationen rund um Tollbananen bei Coop ist es für sie vermutlich keine Überraschung mehr, dass auch die Osterhase bei Coop im erfrischenden Bananengel auftreten. Themawechsel. Alles andere als beglückend sind Hautunreinheiten wie Pickel und Mitesser. Die umfassende Hautreinigungslinie von Klerasil bügt vor, reinigt gründlich und wirkt antibakteriell. Regelmässige Pflege mit dem Wäschel, der Lotion, der farblosen Creme und dem getönten Abdeckstick von Klerasil packt es übel bei den Wurzeln und sorgt für eine klare und reine Haut. Neu von Haribo gibt es jetzt Äpfel- und Zitronenschnitz. Sie heissen Haribo Sauer und riechen genauso, wie sie heissen, nämlich mega sauer. Wenn sie ihnen also nie sauer genug sein kann, entscheiden sie sich für den Beutel. Haribo Sauer, gut wie alles von Haribo. Eine weitere Neuheit haben wir von Coop Naturaplan. Es ist das erste biologische Kiwi-Joghurt mit Schweizerfrüchten. Neben vollem Genuss verhilft das neue Bio-Joghurt gerade noch zu einer Extra-Ration Vitamin C und zu einer erfrischenden Abwechslung im Coop Naturaplan-Joghurtsortiment. Erfrischend und fruchtig geht es auch beim Rezept zu und her. Ein lustiges E-Peri-Dessert von Armin Amrain. Und so ein Festlich-Sochten-Dessert ist zum Beispiel ein Erdbeer-Parfait mit pfeffertem Erdbeersalat. Grüezi miteinander. Die Erdbeere fürs Parfait waschen. Vier Stück davon auf die Seite legen und in Stöcke schneiden. Die restlichen zusammen mit Zucker und Honig pürieren. Das Püree mit Schlagrahm vermischen. Die Meringeschalen in einer Plastikbeutel verdrücken und ebenfalls unter den Rahmen mischen. Auch die Erdbeerstücke dazu geben. Die Parfait-Masse in einer Keckform 5-6 Stunden lasst es frieren. Dann die Erdbeere für einen Salat in die Scheibe schneiden. Mit Zitronensaft und Zucker und Pfeffer aus der Mülle vermischen und gut durchziehen lassen. Nach 1-2 Stunden kann man den Salat auf den Teller verteilen und das Parfait in Scheiben geschnitten drauf anordnen. Das Rezept finden Sie wie immer in der Coop-Zeitung. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Mit einem Spot von einer bekannten Marke, die zu Ihrem Wohlbefinden beitragen kann, geht es jetzt weiter. Warum Ihnen diese kleine Flasche so gut tut? Darum! ActiFit fördert und stabilisiert die Verdauung, aktiviert die natürliche Widerstandskraft, stärkt die körpereigenen Abwehrkräfte und steigert das Wohlbefinden. ActiFit gibt es als Drink in den Aromen Erdbeer, Klassik und Apfelbirne. ActiFit von EMI. Der tägliche Beitrag für Ihre Gesundheit. Um Fitness fürs Portemonnaie geht es im nächsten Beitrag. Wir haben jede Woche einen Hinweis auf unsere Aktionen. Ausländische Tomaten kosten per Kilo 2,70 Euro. Und ein Arnihas mit Hutte in heller oder dunkler Schocke 3,95 Euro. Mit der Co-Profit Plus Karte kommen Sie gefärbte und gekochte Ostereier für 2,80 Euro. Und ein Lego Abenteuer Set, der Schatz des Pharaonentempels, kostet 79 Franken. Sie wissen ja, Co-Profit Plus vorzeigen, sofort profitieren! Bargeldlos rund um die Welt. Unter diesem Motto offeriert Co-Bank allen Co-Profit Plus Karteninhabern die weltweit akzeptierte Kreditkarte zu sensationellen Konditionen. Sie wählen aus zwischen der Co-Bank Eurocard Silber und der Co-Bank Eurocard Gold. Und die Co-Bank schenkt Ihnen die erste Jahresgebühr von 50, respektive 150 Franken. Und weil die Reisezeit schon bald wieder vor der Tür steht, kommen Sie die praktischen Bauchtaschen zum Aufbewahren von Ihren Wertsachen gratis mit dazu über. Sie können gerade jetzt profitieren von diesem sensationellen Angebot und anrufen über die Gratisnummer 0800, 55, 42, 77. Rufen Sie an und verlangen Sie den Prospekt. Die Telefone der Co-Bank sind noch bis abends um 10 Uhr besetzt. Mit diesem Spartipp bin ich am Schluss vom Co-Studio. Danke für Ihres Interessen und auf Wiedersehen! Danke!